So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir wollen wieder ein paar Statistiken machen, nachdem wir also schon die Medaillen gezeigt haben, Erfahrungspunkte, ein Video über Shinies wollten wir machen, ein Video über Hunderter wollten wir machen, ein Video über Arenaorten und Arenen, was wie wo hin und her. Und heute sind wir an den Punkten angekommen, 100% Pokémon und da wollen wir mal durchgehen, nach WP sortiert, vom Niedrigsten zum Höchsten, was für 100% Pokémon habe ich bereits, welche sind cool, welche sind nicht so cool, könnt ihr euch ja selbst ein Bild von machen, was ihr vielleicht auch gerne hättet oder auf welche ihr getrost verzichten könnt, aber wir schauen einfach mal rein und fangen an mit einem 100% Samurzel, jetzt steht natürlich überall eine 100 da, da muss ich mal gucken, ob ich den Namen überhaupt zusammenkriege, 31.12.2017, ihr seht also, das ist von Silvester, ein Silvester-Pokémon vom letzten Jahr, 100% Samurzel, und ihr sagt jetzt, ja, das hat WP 10, da steht ja bei Kalzi immer da, 0-100% Ramses, du willst uns wohl verarschen, aber wir können kurz mal den Satz durchklicken, dass ihr das seht, kann es mit allen aufnehmen, sein KP ist seine beste, Angriff ist klasse, Verteidigung ist klasse, blablabla, die Besten, die ich je gesehen habe, daran besteht kein Zweifel, so sehe ich das, und tschüss, hau ab hier, das als Beweis, damit ihr seht, da wird auch nicht geschummelt, eigentlich würde ich gerne bei Kalzi die Bewertung jetzt einfach einblenden, immer rüberziehen, draufdrücken, oh, jetzt habe ich es schon verraten, rüberziehen, draufdrücken, aber dann stoppt leider die Bildschirmaufnahme, wenn ich abscreene, und das ist richtig assi, deswegen müsst ihr mir da vertrauen, das sind alles Hunderter, und, ja, nachdem gab es also auch einen 100% Trassler, worauf ich mich richtig freue, weil es ein richtig guter Psychoangreifer ist, und da warte ich aber, das ist weiblich, weiblich, ich glaube weiblich ist das, was man braucht, um das nochmal zu entwickeln, dann in der 4. was haben wir noch, ein Felino haben wir noch, als 100%iges, da auch am 31.12., ein Waumpel, was daraus wird, weiß nur Gott, 6.8.2017, ein, wie, Senior, 100% Voltilam ist auch dabei, 7.10., 100% Carvador, ich glaube wir haben schon 100% Garados gemacht, wir könnten noch ein zweites 100%iges machen, aber wir wollten das erstmal so lassen, auch 100% Pikachu mit Weihnachtsmütze ist dabei, vom 27.12., 100% Horrender, vom 26.11., als das da war, für 48 Stunden, während dieses, ähm, während dieses Specials, als es da diese weltweiten Fänge gab, und als Belohnung wurde dann ja freigeschalten, dass das da ist, für 2 Tage, da kann man auch nochmal kurz drauf gucken, dass ihr das seht, kann es mit allen aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung, Beste, die ich je gesehen habe, so, 100% Evoli haben wir hier, was würdet ihr daraus machen, Aquana, Flamara, Blitzer, Psiana, Nachtara oder aufbewahren für die nächsten 2, die jetzt in der 4. dazukommen, 100% Pummelhof ist noch dabei, 100% Seemobs, 100% Quiekel, da freue ich mich natürlich auch auf Mammutel, oder Mammutel, Mammudel, da einen richtig krassen Eisangreifer zu bekommen, ein Hydropi, was wir natürlich aufheben für den, äh, für den Community Day, 100% Griffel, noch ein Felino, 100% Ladybar, Raupi haben wir dabei, Knofensa, Taubsi, darf natürlich nicht fehlen, Taubsi Beste, Smogon, Schneckmack, ihr seht ja auch mal, wo das Zeug her ist, Halwang bei Salzburg, Salzburg, Österreich, ein 100% Zwirlicht, München, Bayern, Deutschland, man ist also weit gefahren, weit gereist, Grüße an Hong, ne, München, Safcon haben wir dabei, äh, Meryl Streep, Meryl haben wir dabei, ein normales Pikachu, ein Kokuna, ein Eneko, Knuddeluf, Spoing, Nidoran männlich, Pummeluf, Traumato, Visor, Weberak, Zickzacks, Hornliu, Huthut, Diktar, Hexenhut Pikachu, am 29.10. auch während des, äh, Halloween-Events, Schnäppke, 100%, Muschas, nochmal Ladybar, Nidoran, weiblich, Schlupuk, ähm, äh, Mauzi, Alola Mauzi, jetzt muss ich mal gucken, das ist noch gar nicht, doch 9.12.2017, da ging, glaube ich, sowieso gar keine Maps mehr, und deswegen, äh, vergesst das, ich glaube, da gingen Maps noch, draufgeschissen, 100% Alola Mauzi, und da weiß man ja, das kann nur aus einem Ei gewesen sein, sieht man auch hier, 24.06., 100% Alola Mauzi, geschlüpft, 100% Mediti, 7.12.2018, das ist noch gar nicht so lange her, das hat der Harald damals gepostet, damals, und dann sind alle dahin gerannt und haben das mitgenommen, 100% Bummels, das saß auch bei uns hier, glaube ich, mitten auf dem Markt, ne, saß es nicht, Bayerisch Gemeinde Bayern Deutschland, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, Ramses, der Spoofer, na warte, nein, aber wir haben dann natürlich einen 100%, Muschas, Schuppet, Makuhita, Jorob, Mirapla, noch ein Seemon, und Rangosso, Papunga, ich hoffe, da kommt noch das andere Bummels, weil eins saß wirklich direkt hier vorm Haus, sonst sieht das jetzt komisch aus für mich, ein Teddy Ursa, Schnäppke, Bidica, das ist aber auch nicht so alt, 19.10.2018, noch ein Waumpel, Nasknet, ein Icognito, auch am 7.10.2017, Aus Prag, Tschechien, das war, glaube ich, damals auch mit Safari-Zone verbunden, und hier seht ihr auch nochmal, kann es mit allen aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung, 15. So, Fizzl, Bitz, Ohuthut, Smogmog, Zubiris, Onyx, Porenda, Spoink, Wablu, Tauboga, Fleckmon, Radfraz, Schwalbini, Kitwurm, ist erst letztens irgendwo geschlüpft, am 21.10., da war, glaube ich, Tane, Community Day, war das Tane, oder war das was anderes, na, ihr wisst es bestimmt wieder besser, Habitak, Pummelow, Nebulak, da könnte man noch ein schönes 100% Gengar draus machen, Schlupweg, ne, Schlupug, Schlupug, Mirapla, Blutzug, Nidoran, Weiblich, wenn ihr seht, die WP, die werden immer höher, Sandan, Kramurx haben wir noch eins übrig, Botogel, 100% vom letzten Jahr, 26.12., Natu, Pixi, Fizzl, Bitz, Fritzl, wenn ich Fritzl immer höre, Hunduster, Sepa, noch ein Botogel vom 25., Nidorino, Paras, Blutzug, Duflor, jetzt gehen wir schon auf die 1000 zu, 100% Porygon, auch geschlüpft, während der kontinentalen Eierdinger da, sieht man hier unten, 15.09.2018 und genau 1000 Bonbons, richtig cool, ein Octillery, da waren wir auch unterwegs in Bamberg, genau, Bamberg waren wir auch, sind wir über den Markt gelaufen und der Bob fängt das Octillery, bewertet es so fix und dreht übelst durch, mitten da in der Gasse, vor all den Leuten und schreit rum, oh mein Gott, das ist ein Hunderter und einfach so aus dem Nichts, ohne Map, einfach mitgenommen, mitten dort in der Gasse, 100% Psyana, das habe ich aus dem 100% Evoli also hinaus entwickelt, habe es aber noch nicht gemaxed, obwohl ich das natürlich richtig cool fand, immer ein Seon, 100%, Ultrigaria, da weiß ich den Namen grad nicht, auf jeden Fall, von dem anderen Ding da, das Dings da, Hypno, Stolunior, Austaus, Kokowai, Snubbull, das finde ich auch cool, weil das auch ein richtig gutes Level hat, genauso wie das Fulcano, auch richtig gutes Level, nochmal Griffel, Tendiursa, Ariados, Stolunior, wie viele 100% Stolos bräuchte man eigentlich, 100% Golking, Vipitis, Skorglar, das könnte man ja auch mal entwickeln für die vierte Generation, aber wir haben noch ein besseres, ihr denkt besser als 100 geht nicht, aber doch, das seht ihr später, Visenior, haben wir noch Meditalis, Sandama, oh, die Weiterentwicklung von Eneko, also ich habe schon so ewig die Namen nicht mehr gesehen, oh, das ist jetzt peinlich, Parasek, Ten, Toxa, Anorith, 100, aus, am Strich gefangen, aus dem Lokmodul, am 26.05. Volbeat, ja, Noctu, oder so, Geradax, Mogelbaum, auch richtig krasser Dude, Stami, Quapo, X-Bad, Taubos, ich weiß den Namen auch nicht, aber das sieht auch behindert aus, deswegen lassen wir den Namen einfach weg, auf jeden Fall 100, kann sich dann zum Zumbax entwickeln, fertig, Radikal, Gewaltro, 100, äh, Altaria, Roselia, da ist das, was ich meinte, das geht noch besser, neben einem 100% Skorglar auch ein 100% Glücksskorglar, sogar gleich mit besserem Level, und was auch viel höher ist, ja, weil der Level ist höher und deswegen, ja, das, äh, okay, ihr wisst schon, auf jeden Fall auch glücklich, das kann man wirklich mal entwickeln und maxen, da fehlt nicht mehr viel und ist auch günstig dann, nochmal Roselia, Ampharos, Nidoqueen, Pandimos, Pandimos, Schwalbos, Nidoking, Bibor, Hypno, Glurak, Pixie, Barnett, Sazenia, ähm, Voltenso, 100% Glücks, Stolos, natürlich auch dabei, aber nicht gemaxed, könnte man noch machen, Cedra King, Kaifel, das ist gemaxed, das ist cool, weil das kann man direkt so wie es ist gleich nehmen und zu Mammute entwickeln, wenn das endlich mal freigeschalten wäre, Megani, Turtalk, Shiny mit Sonnenbrille, Gramschef habe ich entwickelt, letztens erst, so, 100% Bisa Floor, auch auf max level, ja, war auch vom, mit Flora Stadion, weil das ja auch vom, äh, Dings war, weil das auch war vom Community Day, ah, die Nachrichten immer, dann ein Walreiser, das ist eins meiner Lieblings-Pokémon auch, weil das einfach so cool aussieht, habe ich mir damals eine Eisarmee rangezüchtet, habe da mehrere genommen, ihr seht eins, zwei, drei, drei Stück auf max gepusht, 300er, 100% Gengar, da fehlen noch ein paar Pushs, aber das ist auf max level, sogar mit Dunkelklaue und Spukball, auch 100%, jetzt sind nämlich die interessanten Sachen da, Glurak nochmal 100%, auf max level, Rosarade auf max level, 100%, Sumpex auf max level, 100%, auch von Silvester, 100% Stolos, was jetzt genau die 3000 erreicht, deswegen haben wir auch das Lucky nicht hochgezogen, dann die Machomai-Armee, 100% Machomai, zum ersten, zum zweiten, Alter, die sind beide vom gleichen Tag, zum dritten, zum vierten natürlich, 100% Simsalah, 100% Elevoltec, 100% Relaxo, aus einem Raid beim Friedhof damals, 100% Togekiss, aus dem Ei als Togebi und dann entwickelt, 100% Giratina aus dem Raid, also das ist auch mal eine coole Socke, 100% Garados, 100% Entei, aus den Raids aus Coburg damals, glaube ich noch, 100% Lucky Rihornior, Mordenior, immer noch ein riesen Brocken, 100% Dragoran, 100% Rai Quasa, auch aus einem Raid, und ja, ich glaube, das war's, das habe ich nochmal so beschriftet, und dann war natürlich noch das Beste, ein 0% Raupi, können wir uns den Satz mal angucken, kann sich im Kampf noch verbessern, KP ist seine Beste, auch Angriff ist klasse, auch Verteidigung ist klasse, die Werte sind okay, bam, so sehe ich das, tschüss, also richtig schlecht, ein 0% Pokémon, genau wie hier, aber das ist schon wieder cool, ein SS Pikachu, also ein Pikachu mit SS Cabby, 0%, letztens erst in Erfurt gefangen, Erfurt, nein, ich wollte es doch nicht forschen, wieso hängt denn der blöde Bildschirm schon wieder, genau, in Erfurt gefangen, letztens erst, ein 0% Quiegel natürlich auch, das wird mal ein schwaches Mammute, und das war's, hey, jetzt seht ihr hier nämlich nochmal alle, von unten angefangen, nach oben hin, wie die immer stärker, immer brutaler werden, bis zu den Riesenkloppern, aus dem Raid, die alle gemaxt sind, und über 3000 WP erreichen können, und mir wird schon richtig schlecht, wenn ich hier auf den Bildschirmen gucke, und die 0% da oben, aber für das Rai Quasa nochmal Dankeschön an Horstie, denn der war damals unterwegs in Schleusing, hatte meinen Account dabei, ich war so besoffen noch vom Vortag, weil ich übelst feiern war, hatte mein Handy bei mir, bin in der Gegend rumgebollert, und er hat dann nur geschrieben, hey, bist du gerade in der App, soll ich ein Rate bei dir machen, ich konnte nicht antworten, ich habe das gar nicht gemerkt, dass er mir geschrieben hat, er hat dann gesagt, ach, ich gehe jetzt einfach rein, dann hat er den Raid gemacht, hat sich ausgeloggt, ich bin den nächsten Tag aufgewacht, er hat gesagt, guck mal in die App, ich gucke rein, und einfach 100% Rai Quasa dabei, also richtig coole Sache, aber nein, Alkohol ist schlecht, nicht trinken, auch nicht jetzt an Weihnachten, das ist wahrscheinlich schon längst um Weihnachten, würde ich das sagen, zu Silvester können wir mal ein Glas Sekt trinken, oder so, aber richtig coole Sache, danke an Horst, die auf jeden Fall, vom 21.02.2018, das hat uns ins Jahr begleitet, ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, richtig dufte, Jo, da freut sich's nochmal, das war's aber von meiner Seite aus, und ich merke schon, die Videos sind ziemlich langwierig, und langweilig, und gehen mir selber schon auf den Sack, deshalb, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, und vorhaut, euer Ramses.